Liebe Lisa, was gefällt dir denn nach all diesem, was du gerade gesehen hast? Ja, echt sehr hot, echt authentisch, aber ich bin leider nicht so, du weißt ja, was ich meine. Das soll Sport sein. Ja, das ist es. Du bist nicht so sportlich. Nee. Okay. Aber ich bin da drin und ich schaue mir das auf jeden Fall noch an. Okay, machen wir zusammen.